Musik 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 Die Dau-Ti-Ze-Mai-Tegau O-Xe-O-Fa-Bah Die Dau-Ti-U-A-E-Mai-Tegau 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 Die Dau-Ti-U-A-Mai-Tegau Musik 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 Ich will nicht you never do, ich will nicht you never do. Lieben, wir lieben uns auf uns und geben Dank an den Herrn. Wir schämen den Herrn für so einen wundervollen Tag. Und weißt du, die Bibel sagt, wie gut und wie glücklich es ist, Wir wissen, wie wundervoll ist es und wie gesehnelt ist es, wenn Gebrüder zusammen wohnen. Lass uns beten. Our Most High God, we thank you for such a wonderful day that you have made. Holy Spirit, we thank you, O Lord. We commit this program into your hands, O Lord. For without you, O God, there is nothing that we can do. We invite you, O Lord, that you will come and take everything under your control. Lord Jesus, we come against any Spirit that will raise against your power. For the Word says that there is not a power, there is any power that is more higher than the Word of God. Father, we thank you that we have met here this evening. O Lord, to mention your name, to glorify your name, to lift up your holy name. We thank you that at the end of this program, O God, we will also give you the due Hannah, the due respect, and the due of God. We thank you, O Lord, in the mighty name of Jesus, we pray. Amen. 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 Wenn du Jesus Christus, niemand kommt zum Vater, niemand kommt zum Vater, wenn du Jesus Christus. Jesus ist der Weg, Jesus ist der Weg, die Feier um das Leben. Jesus ist der Weg, Jesus ist der Weg, die Feier um das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt zum Vater, wenn du Jesus Christus. Niemand kommt zum Vater, niemand kommt zum Vater, wenn du Jesus Christus. Komm Bruder, komm, 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 Jesus ist der Weg, die Feier um das Leben. Komm Bruder, komm, 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 wir werden uns folgen. Jesus ist der Weg, Jesus ist der Weg, die Feier um das Leben. Jesus ist der Weg, die Feier um das Leben. Komm Bruder, komm, 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 wir werden uns folgen. Wir heißen Pastor Dennis Uebel willkommen, von der Christi Gemeinde, der Christi Gemeinde, Christus kommt nicht ohne ein Wort für uns. Und so I am already excited. Deswegen bin ich so aufgehend schon. So let's together put our hands together for Pastor Dennis. Ich bin ein lebendiges Gott. Ich bin ein lebendiges Gott. Ich bin ein lebendiges Gott. Bevor wir beginnen, ich möchte mich bedanken, weil es mein Kostum ist. Was ist meine Tradition? Den allmächtigen Herrn zu willkommen heißen. Denn er ist der Allmächtige. Die meisten verstehen vielleicht gar nicht, was ich damit sage. Und nachdem wir ihn willkommen heißen, heißen wir Jesus Christus willkommen. Und danach heißen wir den Heiligen Geist Gottes willkommen. Und danach heißen wir euch alle willkommen. Ich möchte, dass ihr zu euch sagt, ich bin was Besonderes. Ich sage, sag zu euch selbst, ich bin was Besonderes. Nein. 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 Sie wirst mich nicht verstehen. Wenn du weißt, dass du dich liebst, sag zu dir, ich bin was Besonderes. Ich bin was Besonderes. Amen. Wenn du weißt, dass du dich selbst siehst, und dass dein Name ist Jesus Christus, und dieser Jesus Christ ist nicht tot, sondern lebendig, und er möchte in dein Leben kommen. Wir wollen das Feiern, das Geburtstag, und wir gehen dann tief hinein. Und bevor du ihn überhaupt feiern kannst, du musst herausfinden, dass du etwas Besonderes bist. Ich möchte euch sagen, zu dir, ich bin Besonderem. Ich bin ein Besonderem Mensch. Ruhige den Namen des Herrn. Ruhige den Namen des Herrn. Ruhige den Namen des Herrn. Danke sehr. Ich bin ein Diener Gottes. 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 Ich bin ein Diener Gottes.